Dyskinesie. Was ist Dyskinesie? Eine Dyskinesie ist eine Störung des Nervensystems, die zu einer Fehlfunktion der Muskeleaktivität führt. Das bedeutet, dass es zu unwillkürlichen Bewegungen kommen kann, die oftmals nicht unter Kontrolle zu bringen sind, beziehungsweise die dem Patienten nicht einmal bewusst sind. Dyskinesien im Mundbereich sind häufig eine Folge von Kieferfehlstellungen oder schlecht sitzenden Prothesen.